Verdammt, was ist los? Ja, es ist einiges los. Da sind auch nur Mönche drin. Da sind auch nur Mönche drin, glaube ich. Topia... War das nicht Topias? Nein, okay. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Manuel war es ziemlich sicher nicht. Aha, wo ist der Chip? Ich bin komplett verloren in dem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Wie hart kann man denn verloren sein? Verdammt, was ist los? Er hat sich verbeugen. Mir Verwirrung geht nicht. Fius? Verdammt, was ist los? Ah, toll. Bist du im Morgen geschlafen? Scheinbar. Ach, vorher beiden haben wir uns noch die Äpfel rein. Und dann muss ich auch noch diese andere Taverne finden. Und auch hören wir doch auf. Hör mir doch auf, mit dem ganzen Scheiß. Warte mal, was hat die Äpfel rein? Dann muss ich beim nächsten Mal nicht machen. Reißt du noch? Nee, ich glaube, es reicht nicht mehr für noch eine Stärke, ne? Hm, leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Dumm gelaufen. Saftig und frisch. Saftig und frisch. Dummelpilze, ja, kommt bei der muss auch noch gleich rein. Wenn wir schon dabei sind, alles rein. Rein damit. Wenn ich die Dränge nicht lerne, könnte ich jetzt schon die Drachenwurzel fressen. So, wenn nochmal zwei Stärke mehr. Oh, je. Ich optimiere ja nicht mal. Ich versuche nur zu überlegen, wie ich mal irgendwas bekomme an Werten. Das ist schwierig. Bett, ich schlafe aber bis zum Morgen, ne? Ich schlafe ein bisschen ausgeholt, sehr gut. So, jetzt ist er hoffentlich dann wieder da, wo ich ihn brauche. So, da die Quest scheinbar so ein bisschen kaputt ist, sehe ich ihn jetzt auch am nächsten Morgen nicht an. Moment, wüsstest du nicht hier drin sein? Hä? Wieso ist der jetzt nicht da? Ist der nicht da, wenn ich... Oh, sag nicht, der ist nicht da, weil ich jetzt... Oh. Das heißt, ich muss... Oh, komm mal. Ich muss also jetzt von... Von Fuß aus zurückmaschen. Ja. Okay. Warum nicht? Er ist nicht da, natürlich nicht, weil... In der Stadt... Also, ich müsste mich erst mal hier hinputieren, dann wird... Ah, ja, hm. Wir haben ja einen Switch mit umgestellt, dass er dann nicht mehr da ist. Und auch, komm hier auf. Hör mir doch auf. Gut. Laufen wir wieder in die Stadt. Diese 7-Meilen-Stiefel, ich hätte sie so gern. Was bekam er überhaupt, diese Bugs? Also, ich nehme mal an, dass diese 7... Oh, das wäre toll, wenn man die anlegt und die permanent Vollgas wäre. Ich hoffe, das ist wirklich so. Also, in meinem Kopf ist es jetzt schon so. Ich weiß aber nicht, ob das in der Stadt auch so sein wird. Aber ich kann gleich noch mit dem Typen da hinten in den Kristallen quatschen. So. Dann muss ich nochmal zur... Ach, komm. Mein Gott, ja. Also, wenn die die Kristalle investieren. Nein. Gut, dann. Der ist jetzt hier noch für die Höhle. Gut, dann wollen wir mal so ein bisschen die Quests langsam investieren. Ich brauche noch roten Stoff, ne? Ich habe einfach nur Stoff gekauft. Der muss rot sein, ich kann ihn nicht färben. Obwohl ich rote Farbe habe. Was ist denn das für ein Unsinn? Ich habe doch rote Farbe und Stoff. Da kann man auch bestimmt was machen. Kann man bestimmt was machen, oder? Nein. So, die wir das geklärt hätten. Ich spreche hier mal nochmal über an. Ich war immer besser. Zwei Stück. Was ist denn in dieser Höhle? Das muss mich jetzt schon mal irgendwie so interessieren. Okay. 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 Die Höhle, die ich aufräumen soll. Die mich aber sehr gut aufräumt. Eieieiei. Deine hat sich schon wieder verabschiedet. Nein? Nein? Nein. Okay. Gut. So hätte ich es gesagt. Ich mache Schluss. Aber wenn sie noch nicht verabschiedet hat. Problem ist halt, ich kann nichts effektiv bekämpfen. Ich müsste mal irgendwie so ein bisschen stärker sein als Ziel. Ich würde mir jetzt nicht schon die Lernpunkte wegballern. Das ist... Warte mal. Ich muss immer wieder ansprechen. So und egal. So. So, so, so. Gucken wir mal, ob ich zurück in die Stadt komme. Weil der Weg zur Stadt müsste prinzipiell frei sein. Habe ich mit dir schon mal geredet? Hey du, was machst du hier? Ich baue mir ein neues Haus. Wieso ausgerechnet hier? Auf dem Durchweg zum Kloster kommen viele Leute vorbei. So kann ich ihnen meine Waren verkaufen. Außerdem bin ich hier befreit von jeglichen Abgaben, die man in der Stadt hat. Warte mal. Hey, kannst du mir zehn Königsbräu besorgen? Ja, aber was ist das? Das ist ein extrem schmackhaftes Bier und ich kann es nirgendwo mehr finden. Ich versuche mein Bestes. Habe ich das schon? Königsbräu. Ne, also ich habe eins, aber das ist... Ja, eins, zehn, dann ist eh nur ein Nullunterschied. Ich wollte noch eins mehr, dann hätte ich zehn. Dann hätte ich zehn. Das wäre toll. Oh Gott, erst mal Zeug aufsammeln. Ich frage mich gerade, ob es hier vielleicht noch mehr gibt, dass man essen kann und dann... Messer kann ich nicht mitnehmen. Steckt doch... Dann halt nicht. Muss ja nicht, ne? Soll er mir eigentlich seine Waren nicht verkaufen? Ich meine... Das liegt doch auf der Hand. Ullhausen und ich fertig. Bis zur Öffnung warten, dann gibt's Waren. Ich bin doch hier schon mal vorbeigelaufen. Wieso habe ich den denn nicht gesehen? Ich bin doch, oder? Ne, doch vielleicht. Ne, ich bin mit ihm... Ich weiß es nicht mehr. Egal. Jetzt muss ich jetzt mal von Fuß zurücklaufen. Hm. Und ich muss auch langsam mal pinkeln. Aha. Da ist noch ein Reh. Oh, das greife ich jetzt mal nicht an. Da ist wahrscheinlich wieder irgendwas in der Nähe, das mich dann tötet. Oh Gott. Ja. Definitiv. Ist da was in der Nähe, das mich tötet? Eieieiei. Eigengeeier heute schon wieder. So, weil ich suche auch immer noch diese Schenke, die noch irgendwo da rumstehen muss. Das K an. Gibt da auch ein K aus. Hm, lauf weiter. Lauf einfach weiter. Ah, die Witze tun schon so ein bisschen weh. Jetzt wird es unangenehm. So, das ist... Ne, das ist dieser andere Hof. Das habe ich ja schon. Also, da war ich ja schon. Aber hier müsste es doch noch irgendwo eine Taverne geben, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich meine, so viele Ausgänge hat diese Stadt nicht. Oder muss das eine Taverne in der Stadt sein? Gibt es da noch eine Taverne? Das ist ja dann schon wieder der Hof-Teil, ja. Oh, hey, wir haben einen Level-Up. Noch 1794 Fonds, ich habe den nächsten Level-Up. Wow. Das heißt also, nächstes Mal sehen wir wieder einen Level-Up. Oh, Gott. Oh, Gott. Mhm. Kann nicht lange dauern, ne? Oh, Gott. Das ist ja schlimm. Vielleicht gucke ich einfach mal nach einer Karte. Damit ich wenigstens weiß, wo diese Scheiß-Schenke ist. Damit ich wenigstens mal eine Quest abschließen kann. Aber ich habe wohl schon ein paar Quests abgelockt. Worum bräuchte ich denn da noch? Äh, Kloster. Ich habe Leber. Probiert es sein. Aber wie viel Johann noch? Wer zur Hölle ist Johann? Äh, Fuschnun. Der Bruder von Johannes? Keine Ahnung. Johann habe ich noch... Pfff. Obwohl ich mir einen Namen merken könnte. Wer bin ich denn? Ach, da kann ich ja gleich hoch zum... Hochlau... Hochlau... Hoch zum Hof laufen. Deutsch verlässt mich gerade. Einschlager, Ansuchen, Kloster. Oder ins Bauernhof. Wobei da jetzt noch mal hochzulaufen. Die haben dann wartet dann wieder auf das Fass. Sonst habe ich... Äh... WG Fortzweiler... Hm... WG Fortzweiler... Händler... Äh... Kloster... Kloster... Hm... Hm... Ich brauche mal diese Karte, sonst wird das hier gar nichts mehr. Sonst wird das hier nichts mehr. So, war da nicht hinten noch Skrillen schon noch? Ja, aber es sind zwei. Zwei sind halt schon wieder problematisch. Zwei sind schon wieder problematisch. Oder war Johann hier? War Johann unten? BEMÜHEN WIR UNS DIE WELT FRIEDLICH ZU HALTEN Als ob ich das wüsste, Junge. Ich habe null Orientierung, das ist der Wahnsinn. Ich habe mich letztens in meinem eigenen Bett liegend verlaufen. Ich verlaufe mich ohne mich zu bewegen. Das ist der Wahnsinn. Äh... Immerhin haben wir die Goldmine. Hört, Ihr Bewohner... Hört, Ihr Bewohner... Ihr Bewohner... Dann hat sich doch ja beruht. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels. Einschließlich der Kaserne und der Festung des Viertels werden weiter verstärkt. Die Kurverfahnen sind angewiesen... Hat der mit den Zwischenfalle gewonnen? Wann ich bin? Stopp! Alter! Ist so langsam hier komplett auf. Komplett. Also, es hat ja schon gar nicht angefangen, aber jetzt hört es auch noch komplett auf. Ich will kein Frisch, ich will... Rot. Rot muss es sein. Wie das Blut aus meinen... Freunden. Also, Bücher soll ich mir vielleicht auch mal gönnen. Ne, der hat nur normalen Stoff. Duftwasser? Äh... Braucht ich nicht Duftwasser? Ähm... Neodym, alles klar. Okay, ähm... Geld ist nicht so wichtig, wie die Erfahrungspunkte auch dringend werden. Nein. Ich möchte keine Geschichte hören, ich möchte... ...unten. Nach unten möchte ich... Das wäre schön. Lass ich langsam mal Schluss machen. Fisch... Frischer Fisch... Kommt drauf! Gernadium... Äh... Ich glaube, ich glaube, das ist richtig. Ich habe immer noch roten Stoff. Ich glaube, das ist wieder falsch. Boah... Ist unglaublich. Man sollte meinen, ich würde mich irgendwo mal orientieren können. Kann ich aber nicht. Da. Und dann kann ich da runter... Ähm... Genau. 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 Dann gehe ich zu... Äh... Theodyd-Magneten. Dann kann ich das Ding noch abschließen. Und dann mache ich Schluss für heute. Reicht dann. Äh... 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 Na, Moment... Neodyn war dahinten, ne? Hoffe ich. Ich nehme das an. Nicht? Nenn... Ja. Genau. Genau. Bei der traurigen Bürgerin, war das die traurige Bürgerin? Ja. Nur die. Sein Klavier ist kaputt und muss geschmiert werden. Ach so. Dafür was anderes als fett. Meine Güte, die haben Wünsche da oben. Moment. Wie viele Rezepte? Äh, nee. Vielleicht ein anderes Mal. Welche Rezepte? Ich hab's schon... Was weiß ich. Der war doch stürzbetrunken. Ja, das wär ich jetzt auch gerne. Ist aber halt nicht, ne? Ist aber halt leider nicht. Gut. Gehen wir wieder hoch. Eieieieiei. Dann machen wir Schlussverarbeit. Das reicht dann wirklich. Oh, wie komm ich da am schnellsten wieder hin? Äh, da vorne. Dann geradeaus. Genau. Hört, ihr Bewohner von Assun. Glaublich. In allen Städten und Landstrichen des Reiches ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Glaub, hier geht's schneller. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Doch, hier geht's weiter. Ähm. Ah, ist sogar wirklich schneller. Da, fuck. Äh, jetzt ist der Typ noch nicht da, oder wat? Soll ich jetzt da rausfinden, wo der ist, oder was das ist? Ich weiß nicht. Der muss hier irgendwo sein. Oh, komm. Schnell aufhören, bevor das bestimmt was unüberlässiges geschützt ist. Es hört nicht auf. Hey, du. Hm, das ist nicht. Äh, ist der nicht da? Nein. Gut, schlecht. Ist der da hinten drin? Vielleicht versteckt er sich? Als ob ich den jetzt finden würde. Spier. Warum? Warum? Warum sind hier überall Gänse? Was ist das? Was ist dies? Warum soll er es das? Hey, du. Du möchtest mir für irgendwas gehen. Unglücklicher. Komm mal her zu mir. Ein wahres Glücksspiel aus dem Meer. Ich hoffe seelischst für dich, dass auch du dein Glück findest. Ich weiß nicht, was er gegen den Typen hat. Der gibt dir jedes Mal was umsonst. Hallo? Warte mal. Zeig mir, bitteschön. Hm. Bin da wieder ganz Schnapszapper gewesen? Hm. Cool. Das ist eine scheiß Katze. Doppler Apfel. Ja. Hey. Nee, das auch nicht mehr so sagen. Äh. Muss reichen für heute. Das wird jetzt nichts mehr besser. Dies wird jetzt einfach nicht mehr besser. Speichern wir mal rum. Und dann würde ich sagen, das war's für unbedingt mit Codex 2. Ja, Legend of Rosunasyn. Also Assi. Uff. Ein ganzes Level geschafft. Nächstes Mal schaffen wir noch ein Level. Oh. Wow. Uiuiui. Das wird noch dauern. Egal. Das war's für heute. Ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüü. Ja.